Hallo und herzlich Willkommen hier im Irrenhaus Voss. Die sind doch alle bekloppt hier. Kannst du sagen, was du willst? Rede Deutsch! Oder Basic heißt es ja hier. Bla bla bla! Ich hab kein Wort verstanden. Ihr seid seltsam, ja. Ich hab kein Wort verstanden. Das ist es, was ich mich an. Meister Halikus hat eine Flut erwähnt, aber ich kenne keine Details. Wenn die Gormaks mich bei ihrem Relikt sehen, werden sie mit allen Mitteln versuchen, mich aufzuhalten. So, gut. Dann machen wir schon den nächsten. Sprecht leise. Der Sumpf hört zu. Ein abgestürztes Schiff ist in der Nähe begraben. Ein altes Ding. Böse. Gormaks haben das Wrack gefunden. Sie wollen es herausziehen. Ja, du kannst aber auch schnell leise reden. Junge, raus mit der Sprache. So ein Schlag auf den Hinterkopf und die Wörter sprudeln oder so. Das Schiff. Es ist das Relikt, von dem Meister Hallikus gesprochen hat, wonach die Gormaks gesucht haben. Es ist... Wartet. Habt ihr... Vergesst es. Das Schiff ist falsch. Es stinkt nach Fäulnis. Tot. Wie die Sith. Der Gestank ist alt. Vielleicht ein Andenken an die ersten Sith. Wenn das stimmt, ist das Schiff ein gefährliches Artefakt. Sprecht leise. Das Böse des Schiffs breitet sich aus. Die Gormaks arbeiten jeden Tag härter daran. Stört ihre Arbeit. Schickt das Schiff wieder in die Tiefen. Ich sorge dafür, dass das Schiff für immer versunken bleibt. Untersucht das Schiff. Findet heraus, wie die Gormaks es heben. Haltet sie auf. Psst. Das ist laut, Mensch. Der Sumpf hat Füße. So. Macht keinen Sinn, was ich erzähle. War's egal. So, hier, olle Sascha. Ach, der. Und Huttisch. Ach nee, der ist ja... Wattest mit Montag? Der nuschelt aber auch so. Ich weiß, die Gormaks verwenden diese Cyber-Bestien. Aber Druiden von ihnen bin ich noch nie begegnet. Montag riebt der Tua. Aus Gewalt. Er wächst nur noch mehr Gewalt. Lokus, Lulu. Was ist denn halt hier alles? Oh, Jedi-Meister. Entschuldigt. Aber ich brauche dringend jemanden, der meine Forschungsergebnisse testet. Ethan Vesiri. Ich untersuche die Gormak-Technologie. Überall auf Vos werden Kontrollpunkte von Gormaks angegriffen. Unsere auch. Und die Gormaks schlagen immer zu, wenn die Vos-Kommandos außer Dienst sind. Da besteht doch ein Zusammenhang. Meint ihr nicht? Ich nehme an, ihr habt einen Weg gefunden, diese Leute zu beschützen. Kennt ihr diese Techno-Monolithen, die die Gormaks bauen? Sie haben Technologie der Republik gestohlen und verwandeln diese Monolithen in Kommunikationsrelais. Aber ich habe errechnet, dass durch die Zerstörung von einigen wenigen Relais das ganze Netzwerk zusammenbrechen würde. Ihr braucht jemanden, der sich um diese Kommunikationsrelais kümmert. Ja. Und um all die Gormaks, die diese Relais beschützen, müsste sich derjenige auch kümmern. Es wird nicht einfach. Aber wenn man die Relais ausschaltet, werden die Gormak-Angriffe aufhören. Und denkt daran, wie beeindruckt die Vos sein werden. Sagt mir einfach, welche Relais ich zerstören soll. Wunderbar, danke. Diese Relais sind im Inneren der Gormak-Techno-Monolithen nicht weit von hier. Sie müssen faszinierend sein. Conchita. Aber bitte beeilt euch. Solange die Relais aktiv sind, könnten die Gormaks jederzeit wieder angreifen. Conchita sagt er mal zu mir. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Hier raus, oder was? Hier raus. Ich nehme erstmal den Weg. Komm wir von da aus irgendwo hin? Ja, wir kommen da irgendwo hin. Das ist recht stupide hier. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Okay, wir müssen hier niemanden töten. Da müssen wir nicht hin. Ich höre meine Lüfter vom Rechner. Ich glaube doch, es würde wieder... Es wird Zeit, den mal wieder... Gründlich sauber zu machen. Wenn wir das nächste Mal ein bisschen Zeit haben, sollten wir uns unterhalten. Naja. Wenn wir hier mal durch sind, die... Matchen. Ich wollte schon gerade sagen, hat der nichts dabei, oder was? Na, Freude. Ja. Ja. Ach, hiervon müssen wir welche töten. Ach, hiervon muss ja... Ach, verdammt. Gut. Vielleicht ist hier noch einer. Mein Gott. Die Nachbarin von oben, die macht schon wieder einen Krach. Manche Leute so machen... Da fährst du ja, da fährst du ja auch mal schwankrupp. Knallt und poltert. Denkst du, die reißen die Bude auseinander? Jut, wollen wir mal hier gleich weiter? Jut, wollen wir mal hier gleich weiter? Überstock und Stein. Langsam merke ich meine Müdigkeit. Dass ich schon zu früh wache worden bin. Ich meine, wir haben gerade mal fast Zähne. Aber ich habe ja die Nacht auch ein bisschen unruhig zu schlafen, sagen wir mal so. Ich bin praying, wie immer noch was ich bin. Ich bin meine Müdigkeit. Das ist schon ganz schön. Was soll ich mir nehmen? Ich bin woher nicht. Ich bin woher nicht. Das war's für heute. Achso, er ist ja schon tot. So, Lunds, wollen wir mal hier kurz rennen? Da ist keiner von den Großen mit bei. Wenn wir das nächste Mal ein bisschen Zeit haben, sollten wir uns unterhalten. Ich habe die eigentlich eine Klick gerade. Seltsame Dinge gehen hier vor sich. So, wo müssen wir hin? Da hinten. Da, guck mal da. Das steht hier drauf. Die Macht ist mit mir. Stehen hier noch mehr draußen? Außen. Okay. Sehr gut. Ah, Mensch. Hat ihm jetzt nicht so viel gebracht, nee. Oh, wir müssen nach unten. Ich dachte, wir müssen hoch. Falsch gedacht. Falsch gedacht. Oh, genau. Stuck dich da fest. Waren das gewesen? Stuck. Oh, Mädchen. Oh, das ist zum Kotzen. Vielleicht habe ich Glück, wenn ich jetzt da runter... Manchmal ja. Da feste dir den Kopf. So, wieder zurück. Na nun, mach doch mal den Bildschirm richtig hier. Ach, okay. Das kam auch irgendwann mit irgendeinem Update. Aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Scheißen, Dreck, alles hier. Na, geht doch. Hüpfen und stacken. Dat können sie gut. Jetzt geht's los. Scheißen. Geht genug mehr hier habt ihr oder nicht? Wie heißt das? Fokus, ne? Fokus. So, und die Frage ist jetzt so, wo ist hier der Komische? Der letzte Mohikana, und das ist das hier. Kriegsanführer. Da ist er. Hier ist ein Kriegscaptain. Verdammt. Dem euer ja nicht. Dem brauche ich doch gar nicht. Verdammt, Axt. Hier ist keiner. Nein, hier ist keiner. Wo ist der? Ich meine, wir brauchen nur noch einen Kriegsanführer. Dann haben wir die Schaft. Die Frage ist natürlich, wo ist der Schlumpf jetzt? Kriegsanführer. Da hinten. Da war keiner gewesen. Das ärgert mich, dass ich jetzt wieder den ganzen Weg zurück muss, wegen Ehen so ein Pisserler. Wie ist das für ein Dreckschwein, Alter? Das ist doch wieder so Ehen, aber weißt du, wo ist Ehen, 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 Ehen? Nein. Ehen, 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 Ehen? Und wegen dem musst du jetzt wieder zurück? Du zögerst das Let's Play raus. Na klar. Ich meine, ich brauche die Klicks. Ich brauche die verdammten Klicks. Das ist ja richtig fette Geld hier scheffeln. Moment, ich verdiene ja kein Geld damit. Oh, so eine Scheiße. Oh, das hätte funktionieren können. Vier Leute auf was. Heute früh waren noch drei. So, wo ist der Hund? Nee, da war er nicht. War er nicht hier irgendwo? So. Das ist wirklich bloß Ehen, 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 diesen Scheiß Kabuff hier. Da, der Pisser da. Nun stell dir das mal vor, wenn du hier mit mehreren spielst. Sollst du schon zwei davon umnieten, wüsste? Zwei. Und davon gibt das bloß Ehen. Da frage ich mich echt, wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Wenn jetzt hier zehn Leute warten würden, dann müssten von den zehn jeder zweimal warten. Da kannst du ja nur irgendwann in der Nacht wiederkommen. Steck mal dein Schwert weg, genau. So. Affig. Affig. Aber was will man machen? Ich habe nur mal geguckt, ob ich da auch noch richtig bin. Nicht, dass ich hier wieder einen falschen Weg nehme. Was war das? Ein Häuptling? Ja. So. Dann können wir jetzt da rin. Das letzte Ding fertig machen. Und dann geht es wieder raus. Und dann machen wir erstmal Schluss. Was war's dann jetzt? So. Sehr gut. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Klingt ein Sturm. Wie sie da steht ohne ihr Lichtschwert. Imaginäre Freunde. Bekämpfe ich mit meinem... Oder imaginäre Feinde. Bekämpfe ich mit meinem imaginären Schwert. Marsch. Amarsch. Amarsch. Amarsch.